Boxen? Ja, ich will Scrapboxen bauen. Wieso würden wir das hier nicht? Ja. Was willst du mit Scrapboxen? Scrapboxen sind neun Scrap. Neun Scrap machen eine Scrapbox. Eine Scrapbox ist einfach viel besser als die Scrap. Quatsch, ich weiß nicht, ich wollte ja haben. Aber krass, wie viel Scrap gerade hier ankommt. Krasser Scheiß. Guck mal, kommt gar nicht hinterher. Okay. Irgendwann ist hier gerade mit Strom schlecht, oder? Vom Ton her? Ne, ne, ich benutze gerade den Furnace. I need the glass. Aber der Furnace funktioniert nicht richtig. Aber, aber, aber... Ne, du hast absolut recht. Oh, Scheiß. Peter, was lauerst du wieder? Hast du recht? Der geht schon recht schnell. Ja, aber er funktioniert nicht voll. Ja, das liegt daran, dass halt die HV Charging Bench gerade komplett geladen wird. Aha, sag das doch gleich. Kann ich da eigentlich auch mein Jetpack reinpacken? Ja. Hab ich vorhin gemacht. Nice. Oh, dann müsste ich jetzt super an. Hört sich doch super an. So, was ich jetzt machen will, ist, ich glaube, war das hier? Ne, war das hier? Wo bauen wir das denn? Da. Jetzt willst du eine unten bauen. Nein, doch nicht hier. Ne, ne, ne. Hier. Ne, ne, ne. Was? Hier? Da. Oh, okay. Hier ist ganz schön viel Platz. Hier willst du das bauen. Egal was du machen willst, hier willst du es bauen. Ja, hier will ich das bauen. So, und da habe ich hier so ein paar Sachen zusammen gefarmt. Bam 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 bam. Beziehungsweise schon letztes Mal erstellt. Bisher möchtest du das Beef haben, was hier drin ist? Was? Und jetzt versuche ich euch das mal zu erklären, wie der Scheiß funktioniert. Ich habe aber noch keinen Plan, ob ich das hinkriege. So. Hier waren Steaks drin. Achso, die habe ich da reingesteckt, damit die braten. Möchtest du die haben? Ja. Ich setze immer noch keine Diamanten. Weil ich nämlich gerade was anderes brennen muss. Sofort. Ein paar Sachen noch holen. Ups. Nein, hier passe ich nicht durch. Wieso klappt das denn nicht? Ja, aber das Spiel ist gegen dich, Harley. Ja, schon so ein bisschen. Ja. Finde ich ein gutes Gefühl. Ich weiß auch nicht, ich weiß nicht was das soll. Ein... Sechs für euch. Upsa. So. Okay. Ich möchte jetzt erst mal gucken, ob das klappt. Warte mal, pass auf. Wir machen jetzt hier mal kurz. Wie... In welcher Höhe bauen wir die Dinger denn auf? So. Recycler. Hallo Creep. Alter. 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 Hallo Creep. Alter. Klare Ansage. Wie kann ich die wieder abbauen? Mit ner Ranch? Ne, ne? Den Creep? Was willst du abbauen? Recycler? Brami? Ne, Recycler geht einfach mit ner Pickaxe. Sicher? Stimmlich. Okay. Klappt. Sehr gut. Ach, der baut mir die Fackeln immer wieder ab, der Scheißwichser. Deswegen. Okay. So. Ich hab mir das einmal angeguckt. Ich weiß jetzt, wahrscheinlich verkacke ich das jetzt voll. mit dem schönen hier... Nein! Bram, da kommt ein Maschinenblock raus. Gut, dass der Bram mir aber zu viele letzte Mal gemacht hat. Von daher haben wir noch genug. Scheiss auf Rohstoffverschwendung, hat ja eh nur Piet gefarmt! Da kann ich jetzt nix für. Ich habe diese Info bekommen und Ist mir auch egal, passt schon Ach, jetzt ist das egal, ja? Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt ist dir das egal Nur Spaß gemacht, ja? Kannst du mich mal am Arsch lecken, Peter? Okay Peter, deinen Spaß versteht aber irgendwie keiner Doch, der sanfte Stahl-Junge Stefan aus der heutigen Farming-Simulator-Fallde Ich glaube, ich werde hier Platz machen müssen weil das passt nicht ganz hier rein Die Anlage Du kannst auch übereinander bauen, wa? Alter, wir brauchen dann auf jeden Fall auch noch einen neuen Master Fabricator Ja, kann gut sein Ich hoffe, ich baue gerade so richtig Ich habe natürlich keinen Plan, sehr gut Was hat denn hier? Achso, erstmal hier da wegmachen Ich kann sich nach oben ja noch ausbreiten, da haben wir noch genug Platz Ja, aber nach oben hin Will ich nicht bauen jetzt gerade Ich will hier ran, noch so ein Ding bauen, was ich benutzen will Da müssten wir ein bisschen Platz machen Ah, die kommt mit lockt Aber ist mir jetzt auch egal Wir machen jetzt hier Platz Ich will ja nicht sagen, Jay, du bist aber in der falschen Etage, wo das ganze Ding baust, oder? Alter, laber keinen! Du hast mir gesagt, ich soll das hier bauen Ja, aber du bist nicht mehr in der gleichen Etage wie gerade Ja, klar! Nein, du bist zwei zu hoch Du bist über dem höchsten Kraftwerk auf einmal Du bist nicht zwischen den Kraftwerken Jetzt im Ernst? Ja! Ach, nö! Oh doch! Ja, dann Oh nein, Regen ist Regen Christian, hinter dir liegt das Fleisch, ne? Bauen wir den Spass wieder ab Wir bauen hier alles neu auf Wobei, hast du schon abgebaut? Ich bin dabei Ja, Moment Ja Moment? Ja, Moment Ich warst nicht fertig gerade Wenn du den Fehler schon gemacht hast, dann ist es okay Wir können auch hier die Transport-Pipes Ja, hab ich auch mal gemerkt Jetzt frage ich mich aber immer noch Wie kann ich jetzt zur Hölle Recycler abbauen? Mit einer silbernen, mit der Bronze Ranch Gar nicht Haben wir sowas? Ja, sicher Nein Dann benutzt, wo ist sie denn? Die ist in unserer linken Truhe, unten links in der Ecke Ah, sehr gut Okay, ähm Ich baue das trotzdem mal was niedriger, ist ja kein Problem Lalalalalala Was wollte ich jetzt machen? Irgendwas wollte ich hier gerade holen Äh, ja Ich drehe jetzt nämlich voll drauf Ich habe irgendwie im Kopf Der Kopf der Jay letztes Mal schon aufgenommen hat Da hast du dummerweise was falsch im Kopf Hä? Aber es hat erst zwei Tage her, ey Da kenne ich eine Axt Ja, voll durch Durch die Nudel, ey So, ab nach oben Wie war denn dein Arbeitstag heute, Sepp? War erfolgreich Mensch, ey Ich bin um 8 Uhr in die Fertigung gegangen Hab gedacht, da bist du jetzt eine halbe Stunde Kümmerst dich um ein paar Sachen Und dann kam ich um 11 Uhr wieder Ah Mensch Mensch Was habe ich jetzt mit der Aussage anfangen? Also war er nicht erfolgreich? Doch, er war sehr erfolgreich Nur dass, äh, sehr viel heute los war Und, äh Du warst um 11 Uhr fertig Und kommst dann erst um 6. nach Hause? Mach den gerne Um 11 Uhr war ich damit fertig Wofür ich eine halbe Stunde eingeplant hatte Weil alle möglichen Leute ankamen Und irgendwas wollten Was wollen denn Leute von dir? Also hier, Bram Bram, ist das jetzt hier richtig? Also in dem Ding zwischen hier, ne? Genau, dazwischen Hier zwischen Hier darf ich das jetzt machen, ne? Außer du sagst halt, das passt dann nicht Dann stellst du drüber hin Ich, ich, das wird schon passen Ja, ich fänd hier Hier einen Pulverweiser ziemlich geil dran, Christian An unserem Stromding Geht das? Ich würde das gerne hier ein bisschen mit Platz haben Weil das wäre ja voll effektiv und so Vor allen Dingen müssen wir den mal umbauen Der muss hinten zu den Kisten, wo die ganzen Sachen jetzt reinkommen Ja genau, dann wären wir nämlich hier hinten auch Dann bräuchte man nur eine kleine Leitung rüberlegen Und dann wäre das voll super Dann könnten wir das vielleicht sogar automatisch machen Der hinter dir steht irgendeiner Also der Pulverweiser braucht MJ Der braucht Minecraft Jewel Also Arbeit Wir könnten aber hier doch Arbeit aus dem Stroh Aus dem Magma, äh, Ding machen, oder? Geht das nicht auch? Wir könnten auch einen Rotary Mesa weiterbauen Der arbeitet schneller als ein Als so ein Moped hier So, hier kommen jetzt unsere Recycler her Alles klar, jetzt müssen wir da den Scheiße dran machen So Wir könnten erstmal überlegen, ob da anzuschließen Das stimmt Dann baue ich solange mal die Äh, Quantum-Dinger weiter Halt, jetzt passe ich hier nicht durch Im Ernst jetzt Ja, viel fehlt ja Ich glaube, das Quantum-Ding kriegst du gar nicht Jetzt so schnell fertig Warum nicht? Dann brauchen wir noch Kuppakabel Passt das? Ist das richtig, was ich hier gerade mache? Auf jeden Fall brauchen wir diese Dinger hier Die Dinger werden uns Cobblestone produzieren Die Quarry braucht doch auch MJ Ja, genau, das meine ich Dass du mit der Lava dann was machen kannst Dann kannst du das doch Ja eben, dann kannst du das doch wohl Einfach an so ein Magmatic Engine anschließen Genau So Ja, dann schaffen wir die ganzen Scheiße Auf den Robo Und schließen das Äh, an die Konstruktion An die wir so schon da hinten haben Genau Und jetzt Müssen wir Die Konfiguration ändern Den Scheiß sitzt da raus Und dann baue ich das Ding ab Und dann nehme ich das mit Robo an Also irgendwie das blaue Orangene und Oh Ich habe hier wieder so viel Schock Weiße Zeug oder sowas Das ist Output und Input Und wir wollen hier nur Output haben Und dann an der untersten Stelle Weiß aber ehrlich gesagt Gerade nicht Wie man einen Pulverizer abbaut Das muss ich jetzt eben Hier gerade mal einstellen bei allen Pulverizer Guck mal, ob das klappt, ey Hat er Jay nicht gerade Schon gefragt gehabt? Ich höre dem nicht zu Okay Bram hat geantwortet Hörst du dem zu? Aber dann weißt du den Kontext nicht, ne? Eben Worum geht's bei euch? Hast du einen Pulverizer abgebaut gerade? Nein Okay Ein Recycler Der Rezept nicht zugehört Ja gut, Jay höre ich eh nicht zu Sparkus Ach komm, wir machen das einfach Ansonsten brauche ich das Ding halt immer So, und jetzt packen wir da Wasser rein Okay, ich brauche das Ding halt nochmal Guck mal, ob das klappt Was brauchst du nochmal? Ne, geht Also mit der PigX-Consert abbauen Ja, sehr gut Pulverizer Ach, 202 Was haben wir hier? Power-Zone Jetzt haben wir da ein bisschen Wasser drin Gehen wir eben ein neues für Oh man Eins Zwei Der braucht doch bestimmt auch MJ, oder? Der braucht auch Minecraft-Duel, Alter Den können wir auch daran anschließen Perfekt Was denn? Die, 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 die Die Fernands? Ja genau, der braucht auch MJ Zack 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 Ja